wenn du meinst wir haben alles für uns das ding mal gucken uns das ding noch mal in ruhe ich weiß nicht warum die texte sich da überlappen und warum sie nicht funktionieren ich wollte erst mal vorstellen was wir gebaut haben ein wunderschöner blauer himmel hier unten der zeigt zeigt uns seinen himmel der himmel was wer laber so scheiß ich weiß es nicht also die die balken unten schönes helles blau finde ich wunderbar passt richtig geil oben oben ein tiefes blau eine rote rampe die hochführt überall gelben leitern ja springbar wenn man hier hoch läuft kann man auch rüber springen auch selbst ohne baff wer hat jetzt gegeben ich wollte zeigen wie es normal läuft verdammt noch eins aber normalerweise kann man auch von hier aus dem bach hier zu den leiter heranspringen und da hochklettern dann haben wir hier hinten noch mal einer leiter zum hochklettern das helle blau für die beine das dunkle blau das gestellgerüst ich weiß auch nicht für die basis wenn der rote eingang die rote rampe ist der strom aus ja ja der ist aus okay problem gehen sie hier rein und hier ist die verteidigungslinie da kann man dann noch mal zu machen aber auch irgendwie noch mal rein aber ich weiß nicht wie ich schaffe es nicht mal da rein zu springen am anfang habe ich doch geschafft mittlerweile schaffe ich es nicht mehr da rein zu springen keine ahnung aber das ist quasi unsere base wir versuchen die zombies im griechen zu erwischen bin mal gespannt ob es klappt wenn es überhaupt nicht klappt dann können wir immer noch weg rennen in die andere basis wo wir ganz normal verteidigen können wir versuchen sie einfach schauen wie es läuft aber ich denke es ist eigentlich ich denke ich sie ganz gute basis wir haben auch strom wir können dann später wenn alles funktioniert noch hier paar geschützturme hinstellen und ansonsten klappt das alles eigentlich ganz gut oder machen wir mal oder also wenn du jetzt alle hast und ich alles habe dann würde ich es auch die zeit einfach vordrehen bist du ready das brauche ich kann man eigentlich machen was war das denn gerade eben erschrecken nachschrecken bestimmt oder ok ja 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 du müsstest mal noch die was wird die gruppe annehmen ach natürlich wir machen eine gruppe das letzte haben wir gemacht ohne gruppe die hälfte die hälfte der xp verloren die hälfte der xp verloren ja dann starten wir mal ein tag 56 ich drehe mal vor also gegenseitig die kills weg aber ja nicht weg in der gruppe besser geteilt munition und müssen wir jetzt ach so ja aber das wichtige ist ja wir drehen nicht die zeit zeit zurück wir drehen wenn überhaupt nur die zeit vor um schwerer zu machen also set ein tag 56 21 55 jetzt los get ready und wie setzt man sie hin mal gucken kannst du so nach links was sonne kommen jetzt für dich naja irgendwie wo ich mal alkohol solange dubai last kann ich ja saufen perfekt 2600 schuss habe ich noch ich habe ich habe noch 1.700 ich habe noch ein bisschen und dann ist eine andere ist es ja auch noch mit munition ich hoffe einfach mal dieses setup funktioniert da kommt was du machst das schon und ich muss morgen nach struppen fahren an den arsch der welt so ein bisschen hoch ein bisschen so perfekt ja los damit kunst du lieber am besten hier dass an sie das letzte lange nach trinken das trinken wenn wir nicht ganz sicher ob die richtig funktioniert oder sollten es doch tiefer setzen den strom haben wir gar nicht angemacht doch ist doch jetzt an hast du gesehen ist gerade angegangen ich weiß nicht mit dem brot schießen funktioniert nicht ganz irgendwie aber hast du doch voll gespielt also ich hab's nicht voll gespielt mach das mal und ich geh mal gucken wie das da hinten aussieht was war das komm hier reingelaufen ich bin da runter gesprungen das war nicht so schlau ja die laufen hier rein ich will zeigen wo die hochklettern und fallen direkt runter wenn die klettern hier hoch und laufen da hoch und ich ja ich mache mir ein bisschen spaß die kommen hier halt nicht ran da bin ich hier oben und ist der finger oben wird man nicht loben richtig hast du gut erkannt ja ich geh jetzt hier runter und dann gehen wir ja schon wieder noch theoretisch weiter nö aber das sage ich jetzt lieber nicht auf weil das könnte teich auf den fass werden nö das ist halt die kommen halt einfach nur durch ein feld also hast du weniger die rucksäcke stapeln sich hier ganz schön aber die sollten eigentlich rausfliegen jetzt langsam geh mal ein bisschen zur seite ein bisschen links also meine hoffnung war ja dass die rucksäcke jetzt langsam anfangen auch hier raus zu fliegen links und rechts vielleicht hätte man das ding dort auch wie so eine schräge machen müssen dass die runterrutschen mhm vielleicht aber wenn du mal so überlegst guck mal du zielst oder schießt einfach nur die ganze zeit auch ganz entspannt oder? ja 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 jetzt habe ich dich gerade angeschossen neiiiiiii ich bin tot ja genau in den schuss gerannt ja genau in den schuss gerannt die spawren die scheiß rucksäcke jetzt hier weil wir uns nämlich anschließen oder nicht? das ist ne gute frage ich dachte eigentlich dass ich sie so gebaut habe dass sie so leite rausfallen weil ich da so ne kleine kurve hier in die wand rein gebaut habe so ein kleines loch aber das ist anscheinend nicht groß genug Mist ne? mhm ja ist auch was wenn ihr reinläuft ich schütte glück ist das ausgestellt dass man dich abschießen kann naja aber ansonsten ganz ehrlich mhm 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 mit den rucksäcken ein bisschen scheiße gemacht ne? mhm weiß nicht wie man das richtig machen soll der lanzkant wird was le simulate schief genug oder mhm die anderen base hast du mal nur darauf geschossen auf das wort lebt ich habe das was blockiert aber hier kann es doch wiederum wenn du richtiges gilt hast mehrere hintereinander treffen durch das ja ist das ja durch den durchschuss das war ein Satz mit X ja das war wohl nichts das war vorbeilast also die ersten drei waren schon bei der 50 der zudel hat vorteile aber auch ganz klare nachteile ich weiß nicht ich finde wenn man vielleicht alleine macht alleine ist das vielleicht wirklich besser aber wenn du zu zweit spielst dann nicht ich glaube unsere base die wir hatten zu zweit kommt besser ja 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 Hey, put or bite? alles fit interessant wird es dann bei den sprengern ob du dann die brust noch tritt ist aber nicht genau ich glaube wir sind ein bisschen zu hoch wenn man ja noch tiefer zwingen kann dann wirst du nie wusste ich mir aber so bin ich mir nicht sicher wird wird irgendwie fragwürdig und gefährlich wie kommt man von der seite an die rucksäcke ran gute frage aus dem chat kommt man von der seite an die rucksäcke ran ich weiß nicht ich habe da extra durch löcher eingebaut die sieht man jetzt nicht mehr aber ich weiß nicht ob diese löcher ausreichen ich glaube nicht der plan war dass die rucksäcke dann zur seite raus zu fallen aber ich glaube ich habe die kommen sie rausgefallen man kommt dran kommen sie rausgefallen ist die frage muss ich doch von der anderen seite gucken ich habe gerade welche weggenommen zum gucken ob ich drankomme dann 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 Nee, also von der Seite hier noch nicht. Damals nicht. Das ist scheiße. Ja, dumme Drohne. Gehen wir aus dem Blick. Aber ein paar liegen schon unten, Körperrucksäcke. Dann ist ja eigentlich auch wieder gut. Ich weiß es nicht. Aber die sind halt alle vorne rausgefallen. Achtung, da kommt ein Sprengauswürfel gerade. Da frage ich mich, wie kriegt der? Wie trifft man oder trifft man ihn nicht? Also ich sehe keinen Sprenger. Dann hast du das Fleisch schon geklärt. Ja. 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 Jetzt ist voll easy, keine Ahnung. Wie geht es denn in den Drähten? Naja, du reparierst sie, oder? Ich geh immer wieder mal hin, ne? Ja. Oder wollen wir mal tauschen? Ich hab's dann oben die ganze Zeit jetzt geschaffen wird. Na komm, lass mal tauschen. 49, 49. Komm mal runter. Ich bin schon unten am reparieren gerade. Nein, ich mein, lass mal tauschen. Ja. Lass sie es auch mal auf einer anderen Seite sehen. Ja, mach ich. Okay, ich bin da. Kann ich gehen. Da. Wir haben hier. Was? 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 Ja. �� war eigentlich ganz easy eigentlich noch kann kommt keiner durch durch den tunnel naja die zombies fressen halt selber die kugeln wenn sie da liegen noch das ist das problem noch ach so du meinst das ja ok da könnte man überlegen dass man das hier vorne vielleicht dann wo die drauf laufen bis macht dass die dann nach links und rechts vielleicht runter fallen oder sowas von hier unten wird die ganze zeit gespuckt das kann eigentlich nicht sein warum sehen die das hier muss man reparieren müssen die ganze hier reparieren weil die ganze zeit hier gespuckt wird die sehen durch die wände durch das ist ganz gefährlich hier die sehen dass sich hier stehe und spucken hier hin muss man doch die gewände hin machen die gewände die vier warum sie sehen die das durch was vorräte geschickt ihr vorräte leute ohne witz nein ich lasse die liegen ich lasse die jetzt geliehen nicht während der blutmunt macht was denkt ihr euch und fuk ich verstehe nicht warum die uns sehen durch so eine wende total verrückt diese zombies die einfach da liegen die nehmen die kugeln weg weil die einfach am weg liegen also dass man da auch durchschießen kann am ende wahrscheinlich besser wenn wir nicht diese linie machen sondern einfach nur diese drei breit und gut ist oder ich meine wenn du willst wenn das zutraust können wir auch einfach mal richtig dreist sein und im aktiven blutmunt rausrennen und in die andere bude reinrennen alles kommen wir versuchen können wir probieren aber stundschluck machen wir mal schnell hier aus lauf lauf und raus hier wo ist die bude da hinten oder da in der richtung oder voll dreist mitten im blutmond raus in eine andere bude weil wenn du hier über wände drüber springst da müssen sie sich erst mal neu orientieren das schaffen die nicht kommen weiter ja da ist es schon du bist schon oben super schon drin das haben wir gar nicht strom an du kommst über die leiter strom an jetzt kommt also das mit dem einen mit dem einen darf ich fahren mit einer schießlinie das funktioniert vielleicht wenn man alleine spielt vielleicht vielleicht aber so finde ich es eigentlich besser wenn man mehr fläche zum schießen aber müsste gucken jetzt dass die vielleicht auf 2 2 breit bloß was sagt jetzt warum ist dein haut so weich verrate ich nicht ich gebe ich gehe erst mal pinkeln okay du machst das ja ich mach das schon diese leute hier diese leute hier so 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 Das war's für heute. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das Gefühl. Meine Sensors haben etwas bekommen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. 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 Was hat es gemacht? Nein! Da ist schon wieder einer. Nein! Ich habe ein schlechtes Gefühl. 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 Das ist hier. Wie geil ist das? Na ja. Oh, 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 der Chat. Schrecklich. Warum ist deine Haut so weich? Verrate ich nicht. Jens24. Geheimniskremer. Den hatten wir schon, ne? Aber jetzt kommt ein anderer. Einen Dreier zu schieben ist gar nicht so einfach. Jeff23 hat vergessen zu tanken. Ja. Verstehe ich nicht. Was? Nein, ohne Witz. Verstehe ich nicht. Ein Dreier BMW. Ach, ne. Das ist dämlich. Der ist flach. Der ist so dämlich. Das tut mir weh. Das tut mir weh, alter. Das tut mir echt weh. Ja. Sogar der Chat. Sogar der Chat sagt Aua. Weißt du? Der Witz ist so dämlich. Das tut echt weh. Physisch. Unglaublich. Ach komm, hör doch auch. Nee. Machst du mal, da geh ich mir schnell reparieren. Mach mal. Oh, Scheiße. Oh Gott. Den hab ich nicht gesehen. Habe ich die Demo hochgehen lassen. Mit der Ulti, weißt du? Mit der Ulti halt. Weißt du was wir animiert haben? Was denn? Mit der Stahl? Mit der Stahl schmiedet das Eisen. Das wird los. Wir haben kein Eisen dabei? Mhm. Für? Die Reparatur für die Stromseine. Ich hab Eisen. Ich hab Eisen dabei. Warte, warte, warte. Geh zurück, geh zurück. Schieße. Ich lager alles ein, was ich hab. Ich hab Material dabei. Dann. Ich hab Eisen. Ich hab Stahl. Ich hab alles dabei. Dann lass ich mal. Geh schießen. Geh schießen. Achso. Ich lager ein. Geh schießen. Ich lager ein. Na, komm. Du kannst. Eisen und Stahl. Ich hab alles dabei. Digga. Ich war vorbereitet. Ich hab's drücken und habe es schon abgelegt gehabt. Na, siehst du? Und ich trottel, hab's vergessen. So, jetzt reparier mal. Ha, 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 ha. Ich hab's drücken. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Bist du wieder unten? Bist du wieder unten? Nein, ich bin unten. Fuck. Wie bin ich da unten gelandet? Irgendwie bin ich schon unten gelandet. Ha, 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 ha. Jetzt hast du Spielzeug dort unten. Die kommen alle zu dir. Sogar Demos, Alter. Ich kämpfe hier. Oh, der Ende gegen Demos. Irgendwie da hoch. Wieso hoch? Demos. Was? Kann ich entholen oder was trinken? Ich hasse dich. Jetzt kommen sie. Nein. Sorry. Ich muss aufhören, diese scheiße OCs zu benutzen. OCs sind scheiße. OCs sind echt scheiße. Ich bin schon gehört, aber in dem jetzigen Spielstartschirm sind die Base scheiße. Ich geh mal was reparieren. Oh, nein. also wie es links rechts ich bleibe hier an der rand stehen mit vorbeidem sagt ja ich heiße ihr habt auch nur 50 prozent davon verstanden keine ahnung verstehe ich nicht erklärt zu einiges wenn ich es nicht verstehe oder mein name ist hans das l steht für gefahr ok leute eure witze sind echt geil und so aber ich kann sie nicht lesen und gleichzeitig kämpfen vor allem wenn die mit so dumm sind mit absicht mein name ist hans das l steht für gefahr tut mir leid so so Das war's für heute. Wie gesagt, du kannst dich bis auf Humber, du kannst dich mindestens runterlaufen lassen erst mal. Du kannst dich nicht aufhören. Du kannst dich nicht aufhören. Du kannst dich nicht aufhören. Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist jetzt 4 Jahre alt. Ich sollte mal anfangen, diese scheiß Brille zu tragen. Bei Bit of Bite einfach nur Scheiße schreibt. Ja, aber ohne Witz, ich fahr wahrscheinlich morgen wirklich zu meinem Cousin dahinter. Ja. Ihr macht euch drüber lustig. Hier. Und wir gehen da echt Zombies killen. Zombies hinter Ostsachsen. Ja. Ist halt so. Da killt man echt Zombies. Okay. Deine Drohne ist im Weg. Meine Drohne? Nein. Nein. Die ist hier. Die ist hier. Ach dann ist das deine, die hier im Weg ist. Wahrscheinlich. Komm nicht. Komm her Drohne. Komm her. Komm her. Super. Okay. Komm her. Komm her. Genau. Wie ist denn das? Geh. Wie ist das alles anlegen? Wie ist das, was ich jetzt schluss General? anzurufen. Aber das Problem war, hatte keiner. Dumme Witze, dumme Witze. Echt dumme Witze. War echt leid, dass so dumme Leute hier zugucken. Das war's für mich. Ja, warum bleibst du nicht links? Bumm, get's home! Soll ich mehr kommunizieren? Ich wollte die Ansagen wo wir hinschießen oder nicht? Nö! Einfach durch! Okay! wie die fliegt ich hab jetzt den toll von dem spiel kurz leise getätigt laut das ist echt laut dann zählen wieviel zimmig man hier eigentlich wirklich drei drei und dann drei und dann wieder drei 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 vier 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 Maschine, am Stück. Ah, man! Bäm! 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 Nee, ich glaube diese Base ohne diesen dummen kleinen Kletterrahmen Sieht dann viel besser, ganz ehrlich Einfach viel besser Ja klar Und ich steh hier hinten, könnt ihr immer noch locker helfen beim Killen Oder du konntest auch mal hintergehen Voll entspannt hinten reparieren Null Problem Das Übrige ist jetzt bei 768.000 xp Geh mal hinter Ja Voll easy Das war's Das war's jetzt Und du willst schon wieder? Ja Ah, mach den Sturm aus Mach den Sturm aus Ja ja ja, ich lauf schon, ich lauf schon Ich töte mich gerade, ich töte mich gerade Warst du wohl gierig? Ich wollte was rauslaufen, was noch töten Gierig Du insinuierst ja, dass ich einsammeln wollte Ich wollte nicht einsammeln Ich wollte töten gehen Oh, jetzt sammle dich ein Oh, jetzt sammle dich ein Ich sammle, ich sammle Oh, was war denn das gerade? Stufe 6 Waffe Oh, look at you Eine Raygun Eine Raygun? Eine Raygun? Eine Raygun? Eine Raygun? Eine Raygun Eine Raygun? Eine Raygun 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 und packt man zeug um in die truhe aber ja das war die nacht ganz ehrlich dieser dieser krieg hat sich nicht gelohnt das ding war viel effizienter der ganz normale der ganz normale turm war viel effizienter